Anna Sazinitza, 22 Jahre und arbeite als Bauungsmeichnerin im Büro. Vor drei Jahren habe ich angefangen, stark abzunehmen. Das waren ungefähr 35 Kilo in einem Jahr oder so. Vor allen Dingen das Halten, das Muskelaufbauen hat sehr gut funktioniert durch die EMS und schnell vor allen Dingen. Und Haut straffend. Also wenn man halt viel abnimmt, dann bleibt da auch viel Haut meistens. Und vor allen Dingen bei den Armen, bei den schlimmsten Bereichen, die man auch so normalerweise sieht, sind schon echt zurückgegangen dadurch. Ich habe mich quasi verliebt. Dass ich das jetzt zwei Jahre immer noch mache, ist schon recht lange und macht auch immer noch immer Spaß.